Herzlich Willkommen weiteres zu RANKIT Fünfer mit unserem Bouncing Kangaroos Team mit Chris, Niko, Dennis, Josch. Heute in der Experimental Runde. Wieso? Egal, ich spiele ja gar nicht Experimental oben. Ich spiele ja Experimental. Du bist der Einzige der es tut. Und übrigens auf Trash brauchst du eigentlich keine Mana trinken. Egal. Ich schlürf halt gerne so ein bisschen. It's too late for mercy. Äh, nur die E als erstes war das, ne? Die E als erstes eigentlich, ja. Ein anderes Aufnahmeprogramm sperrt mir jetzt nicht mehr die Frames auf 60. Auch wenn die Aufnahmeprogramm... Ey, du musst echt mal deine Runen überarbeiten. Du hast verdammt wenig Arme, du hast keinen AD drin. Das ist die, äh, meine ADC Runenseite eigentlich. ADC? Mit null AD? Hab ich etwa falsche... ich hab doch nicht die falsche eingestellt. Du hast auch keinen AD drauf? In Soft hab ich die... Boah, ich hab das umgeklickt. Warum hat er das nicht angenommen? Also AD Carry ohne ist schon Brolls, ne? Ich hab definitiv, ich hab definitiv umgestellt. Boah, Riot, was soll die Pisse? Ich hab grad extra noch gefragt, weißt du? Also welche nehm ich denn am besten? Ja, nimm nur einfach die mit AD. Okay, okay. Was hab ich denn jetzt? Was hab ich denn für ne Runenseite? Ah, das sind schon die besten Voraussetzungen, um ein Spiel zu gewinnen. Ja. Was hab ich denn für eine drin jetzt? Oh, was ist das? Genau, wie klar genau. Warum hat mir denn Riot diese Runenseite gegeben? Wollt ihr mich eigentlich rollen? Du hast nicht mehr zu entscheiden, welche Runenseiten bespitzt. Nein, ja. Weißt du? Auf einmal geben sie mir meine AP Runenseite. Das ist ungefähr so weit weg, wie alles... Wie nicht die anderen. Ja, die Leute haben meinen Red Buff gemacht. Habe die Pfiffen, die haben grad meinen Red Buff gemacht. Ja, das befürchte ich auch. Ja. Ach, komm Leute. Wir haben Spaß, deinen Red Buff zu machen. Neu. Neu? Ja, erst dann. Deine Mut. Hey. Das einzige Problem an Arthrox ist, der ist so unempfindlich gegenüber Poke. Ne, ist okay. Ich brauche keinen Red Buff mehr effektiv zu sein. Habe ich eben auch nicht gebraucht. Ich tötere einfach gleich Avalyn. Du gangst einfach auf Stufe 2 und holst ihn einfach so. Ja, oder was? Ich mache jetzt hier die Leroth hier oben und dann gucken wir mal, was abgeht. Oh, sorry. Was ist das Problem? Alter, Arthrox ist so am Hardcore zwischen. What the fuck ist da? Du musst halt, ja, mit Last Hitten wirklich nehmen. Ja, ja. Mit Arthrox? Ach. Äh, Lantern oder? Alter! Ja. Eigentlich du, Level 2 cool. Okay. Ah, sie ist so fucking stark, ne? Okay. Oh, der hat er mit seiner E ist noch levelig. Ja. So fin- Ja, shit. Oh, shit. So, jetzt Concentration und Farme. Genau. Hast du noch Heiltränke mit Trash? Ja. Dann bleib auf der Layen. Dann haut zwei Heiltränke rein, dann Reckert los. Moment, ist ein, was dir jetzt? Weil der AD-Kill von denen ist halt lowlife gegangen. Das war eigentlich ein besserer Trailer. Weil der AD-Asif... Ich komm gleich mit. So, was mal. Ich hab keine Ahnung, was schaffen, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott, hab ich jetzt alles gefehlt ungefähr? Das war ja peinlich. Hat keiner gesehen. Danke dir, dass du gar nicht geguckt hast. Arthrox hat hier gewordelt? Okay. Ja, hab ich gesehen. So. Ich komm! Oh, der Last-Hit fehlt. Der Flash. Komm mit. Renekton war es gerade so einfach zu Last-Hitten. Ey, das war Flash. Der Vollverkack. Ich brauch meinen Flash dann. Evelyn ist Warten. Evelyn ist Warten. Ich muss den Flash in top. Oh mein Gott. Evelyn mit. Gute besser. Konnte... ...eine 4 machen gerade, ne? Ja, aber ist okay. Ich komm mit meiner E rein. Hätte ich auf die Frosse bekommen. Bis zum Tod. Ja, durch war der Trailer. Aber das Frosse war okay jetzt. Dass ich aber da geblieben bin. Ja, wenn du da geblieben wärst, wär ich nicht so weit vorne gestanden. Ja. Pass halt auf. Evelyn könnte halt auch eine Runde. Nein! Ich hab mich verkleckt. Sorry. Das war dumm. Ich lass mich eben weg. Dann guck ich, dass ich irgendwo Flash was wieder versuche. Machst du das? Ich bin auf dem Weg. Ich bin zwar low, aber ich bin auf... Ja. Okay, nice. Pass auf Evelyn auch. So. Okay, weg. Okay, good job. Sorry für meinen Fail. Ich hab extra extra weg hier drin. Was? Ist Flash von Jynx raus? Ja. Ist Flash raus? Ja. 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 Versucht's einfach mal anzulegen. Das ist der Time, wenn ihr Flash. 5 Minuten. Oh! 8 Leben! Ah, nicht egal. Good Job. Aber du solltest... Ja, rennen ein Stück nach hinten. Ah, good Job, Nico. Nein! Oh, sorry. Das war... Den hab ich eigentlich nicht drin stehen gehabt in der... Falscher Chat, Nico. Links. Oh. Egal. Alles geplant gibst du. Mhm. Äh, was levelst du erstes durch? E? Q. Q. Fuck. Gut. Nice. Wir haben rausgefunden, was man gegen Asia machen kann. Töten? Ja, unter anderem. Aber das passiert bei fast allen. Super da. Ähm, vielleicht bei Sion. Das ist nicht so ordentlich. Ich finde das nicht so gut. Ähm, wenn er seine Soldaten vor dich stellt, einfach dran vorbeirutschen, dann stehst du an ihm dran und er hat nichts mehr, was er machen kann. Muss nur drauf achten, dass er seine Soldaten richtig schön weit nach vorne an dich ransetzt. Ich geh jetzt erst über die Wall, warte da drin, bis du hier abkommst. Oh, lol, hier ist Evelyn. Peace. Okay, fuck. Alter. Nein. Ich bin unterwegs. Warte, warte, warte. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ja, wie? Warte, warte. Ja, ich hätte ja nicht ulten können, also. Ja, ist mir klar, aber. Ich konnte nur versuchen, rauszukommen. Nervs Sack. Ja, ich bin halt jetzt völlig unterfarben in der Mitte. Ich darf nicht mehr versuchen zu helfen. Oder ich sollte schon. Aber ich sollte auch Farben kriegen. Don't hold me up. Der ist Level 6, wie ich. Ach, der hat schon Magic Resistant. Natürlich, der baut Headstrings als erstes. Versuch's nochmal nicht. Wobei, ich weiß, ich mach eben meine umfangen drei Camps, dann bin ich Level 6. Versuch's vielleicht Mitte zu töten. Ich hab nicht mehr Platz mehr von dem rauszukommen. Nope. Äh, Trinkz hat keinen Flash mehr, vielleicht nicht, weil er das echt Trinkstöten. Weil Trinkz... Ist auch okay, ist auch okay. Ich kann auch... Ja, ist okay. Und Asi kann leicht rausgehen. Mit den Soldaten von der Ulti. Ja, der wird aber dann zweimal hochgenockt letzten Endes, ne? Ja. Erst von dir und dann von mir, oder umgekehrt. Ja, der hat mich halt schon ein bisschen ausgefarmt. Und das kann er mit Asi auch halt. Ja, der muss halt in unserem Dauer stehen. Du hast ihn, oder hast ihn? Schnell, schnell, schnell! Okay, er ist tot, er ist tot. Weiß nicht, den hätt ich ruhig nehmen können, ne? Doch, ich bin Level 6. Aber so dumm, äh, grad den einen Schritt gelaufen, Minions, ja. Hab keine Aufladung mehr? Soll ich auch mit Bord kommen gleich? Nee. Okay. Wollte ich nicht. Okay, wir lassen sie ein bisschen pushen. Ja. Ja, die wollen ja auch, die wollen auch zurückgerutscht werden. Mitte SS? Ich weiß nicht, wo der hinten ist, aber einfach hinten. Willi, oder? Aber auch nicht geraben, das ist ja doof. Ist er hinten geworden? Ah, scheiße. Ah, er hat Blue bekommen. Hast du'n? Jawohl, sehr schön. Nice. Der Gegnerische Jungle ist irgendwo da. Okay, ich wär' jetzt hier, weil's der Botman entgegen. Jona ist halt noch Level 5. Ja, wir sind auch... Ich bin nur ein Mini noch. Aber... Okay, go! Oh mein Gott! Sehr schön. Er hat mich in meinen eigenen... In seinen Tower geschoben, obwohl er vor mir stand. Ja, das geht. Irgendwelch aus, was ich in den Land angeschmissen hab'. Können wir Drake versuchen? TP hab' ich ab, aber Arthros wahrscheinlich auch. Boah, hör auf mich zu sohn, du Spatten. Hat doch funktioniert. Sehr gut. Sie sind ja so OP. Und die hat die Ulti rausgehauen. Ja, Ulti für... Ich bin aber geflasht dafür. Ja, okay. Wir beide geflasht für ihre Ult und den Kill. Ja. Denk' ich noch einigermaßen, okay. Pass auf, der Botman auf Mitte fehlt und Evelynn fehlt. Also, könnte halt kommen. Ja, ich bin auch gerade Back. Ja, ich bin halt ja so auch im Moment. Es ist okay, aber... Es gibt halt jetzt schon wieder zu stark geflasht, weil es wundervoll ist. Ja eben, aber ich hab halt... Ich hab die Japs nicht mehr. Ja, ich sag auch nicht. Ich hätt's dir aber gerne, also... Dennis, das sieht doch schon gut aus. Es gefällt mir, was da bei dir steht. Ich komm' auch gleich. GOSH! Na Mitte? Ich weiß noch nicht. Aber ich hab' keine Ulti halt. Er auch nicht. Okay. Okay. Boah, ich kann ja nicht dueln, wenn der seine... ...seine... ...seine Passive da abgeburt. Da muss ja unglaublich viel schaden. Ich hau' dir jetzt gleich links und pink vorthin. In der Mitte. Äh, äh, ne, die ist nur weg. Oh, die Chris ist sauber, ne? Weil, den... Ach, scheiße, kann ich mehr ran. Eve... Oh, die hat das gesmiltet, Bitch. Damit hat Evelynn, der ist aber kein Smilt. Können wir auf Hasir? Oh mein... Oh mein... Schade. Ich starte rennen ein Stück weiter. Hätte ich doch, wär's nicht anders im Game. Evelynn ist wahrscheinlich auch Mitte. Kannst ja nicht wissen, ne? Ja. Oh mein Goooood. Ähm, wie der mich einfach Tower-Dive... Was, Evelynn? Oh Gott, ich brauch Hilfe. Oder? Nee. Evelynn ist irgendwo hier. Und hast du wieder Ulti? Ist er ab. Jetzt sind 10 Sekunden. Jetzt auf Hasir. Oh mein Goooood, diese Wall. Nein! Okay. Leute, die Wall! Was hat mich da schon nochmal zurück... Diese Wall! Die Wall! Ich dachte, man kann dann einfach nur nicht dagegen rutschen. Nein! Sobald du in der Richtung dashst, dann bist du einfach zweimal zurückgenommen worden. Wenn du das auf das Minion daneben zu dashen, dann bist du einfach... Du musst an der Wand vorbeilaufen. Ich hab's gemerkt. Na, geil. Na, ist das hier, ey. Ach, Sia ist echt momentan richtig krank. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Oh, der fack. Ja, aus diesem Grund will ich mir Asi kaufen. Nichts. Oh, sorry. Dann haben wir gleichzeitig gecastet. Die möchte ich haben, die Serien. Sia ist top. Ah, so langsam funktioniert das. Mit dem Last-Hatten. Äh, die sind Richtung Drake. Hm. Er hat der Ulti up. Er hat Chitto. Ich in 10. What's up? Wie? Ah, ja, Arthrox ist cotton. Ja, wo ist die Jinx? Ich seh die. Okay, das war noch nicht gut. Der fickt mich. Der fickt uns beide. Ja, okay. Mit und, äh, doppelt den Arm der Spielfolger. Muss man jetzt, soll man sagen. Hä? Was ist jetzt? Die beiden Lanes, die halt... Wenn die beiden Lanes einfach kackt, ist das Spiel vorbei. Das ist die Meta-Mobil. Das ist... Keine Ahnung. Das ist überhaupt noch nicht vorbei, ey. Hm. Doch. 4-1 Arthrox. Wow, das ist ziemlich durch. Tut schon weh. Sind ja alle Champions, die sich auch nur noch stärker werden und dann nicht schwächer. Wollt ihr surrendern bei 20 oder was? Nee, er surrendern nicht. Nee, aber das wird auf jeden Fall jetzt nicht einfach. Ja. Arthrox... Ist halt schlecht. Ja, Aziah ist schlecht. Und selbst die Evelyn ist jetzt halt schlecht. Sehr schön. Sehr schön. Ach, und schon wieder ist mein Buff weg, natürlich. Ja, nachdem wir jetzt gerade Drake gemacht haben, ne? Ja. Nur Waterfall. Ja. Zup, 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 zup. Und Mist. Da hab ich gerade weggegangen. Links war ziemlich... Ne, Leona war ziemlich low. Ja. Hey, damit komm ich durch. Äh, Fee oder ihr als zweites? Mit Thrash? Oder gut, nicht den Tower, nicht den Tower, nicht den Tower. Hat irgendjemand hier runter den Abfang? Dann will ich, aber so schnell bin ich noch nicht. Ah, hallo Krabbel. Danke. Good Job. Warte. Wollte ich mir auch noch die Lantern hinwerfen für den Assist? So, wie ich dann Gott sei Dank noch richtig... Aber ich bin froh, dass Vincent die Ulti von Val durchgestandelt ist. Wenn die nämlich dann interrupted werden würde, wär's ruhig, homo. Ja, Aziah. Oh, Schütt, Alter. Ja, die hat den Pink gekleert gehabt. Ach komm, Evelyn, nimm doch mit wenigstens. Was weiß jetzt, W oder E? Na, zweites W. Also Lantern. Da braucht man schon eine ganze Zeit schon angehessen. Ja, eine ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob der App in der Jungle ist. Das vermute ich, weil die Lane ist halt so reingepopft im Moment. Sonst wüsst' ich nicht, was er macht. Auf K. Ist ja zu schön. Nein, ne? Oh, gosh. Ja, ich wüsste noch, wo er ist. Ja, mach's nicht zu gut. Weiß nicht zu gut. Ja, ey, schauen wir ja eh. Was war so cool? Da hat er keinen Slash-Up. Da hat er keinen Slash-Up. Aziah hat aber auch nur noch nicht, ne? Ich hab jetzt recht. Hm, haben wir ja gestern wieder gesehen. Ich meine, ich glaube, die Spiele mit Aziah sind trotzdem nicht alle gewonnen worden. Auf er� Nein, ich krieg' einen Anfall. schwach real. Jetzt ist er auch richtig gesehen, ne? Deh, den Pink Ward Key. Und das ist an mir. Da hab ich was gegen. Komm, Pings, Pings. Kauf, Pings. Ah, ich bin so mondgel. Nein. Ich bin in Range gefasst. Ey, es gibt es nicht, ne? Ja, okay. Ja, okay. Dann können wir noch anziehen. Ja, Mann. Nein. Haben sie nochmal ulten? Ja, die sind halt wiederholt jetzt hier, off the bot, immer wieder mit zwei, drei Leuten mehr, ne? Das ist halt... Die kommen immer wieder bot. Ja, weil das hat die einzige Lane, die noch nicht gehalten hat. Ja. Ja. Er hat von denen aus gesehen. Ah, oder so rum. Ja. Hier auch immer. Wir waren equal, ja. Arthrox Mist, irgendwo hier oben. Wir waren sogar leicht ahead, fand ich. Ja. Also... Bis Evelyn zwei-, dreimal kam und dann... Alter, der Schneid. So richtig krank bei mir. Richtig mit Schneeflocken? Ja, so... Boah, geil. Krasser Scheiß. Wie so richtig fette Schneeflocken. Degawatt. Na, komm. Doch. Vertreibst du. Doch, eigentlich schon doch, ne? Doch, doch, eigentlich schon. Was sind wir denn hier, Alaska? Das war schon fast gut, aber auch nicht. Schon krass. Ach, nur krass. 49 Sekunden. Ich hab wieder Ulti-Erb, aber wir wissen halt nicht, wo der Rest ist. Da ist Leona gerade die... Die Grabe gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf Jinx. Ja. Kannst du nicht turnen mit Shred? Boah, nein. Oh mein Gott. Okay, da kommt... Von hinten kommt... Da kommt TP, da kommt TP. Raus, raus, raus. Kann man nicht Atrox machen? Heiligisch! Ja, jetzt sieht's natürlich so wieder aus, als hätte ich den... Vierfach Töcher. Ja, der hat einfach nur da drin gestanden und seine Scheiß-Soldaten haben wir auch. Ich geh jetzt ganz in die Base damit er gar keinen Pentakick. Das mach ich immer. Ja, okay. Guck, guck wie ich das wollt, guck wie ich das wollt, siehst du das? Nee, die kriegen mich nicht. So, ich warte jetzt bis Crash wieder da ist. Ja. Crash, komm wieder. Allein hab ich fehlt. Ja, bin am Weg. Bin am Weg? Passiv, ja. Okay. Ich bin einfach schon im Besitz, die mich mit. Die gehen halt drag. Hast du das gerade gesagt? Ja, die gehen drag. Alter, das ist viel zu schnell down. Ja, genau. Diese Arschgeige. Nimm Nico die weg. Nee, mach wahrscheinlich schon wieder meinen Rap. Ah. Ja, ha. Nice. Ah, sie werfen. Oh, okay. Ah, okay. Gut, wir machen eine Mid-Tower. Sehr schön. Wir machen eine Mid-Tower. Wir machen eine Mid-Tower. Wir machen eine Mid-Tower. Wir machen eine Mid-Tower. Ja, einfach so. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich weiß nicht, ob das hilft. Obwohl, er hat immerhin keine Blood. Ja. Genau, das ist es, ja. Der Busch jetzt trotzdem und geht dann. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Das ist Spaß. Da ist noch wer. Clash raus. Okay. Leute. Er muss sich probieren. Trotzdem. Du verfickter Baron. Der ist gerade gespawnt und ich bin... Oh mein Gott. Dennis, komm, Ult. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich komm nicht in Range. Sehr schön. Ich bin gleich in Range. Der hat schon geultet. Oh mein... Ich hab keinen Mana mehr gehabt. Ich hab keinen Mana mehr gehabt. Scheiße. Ah, ich bin in Range gekommen, die zu Ultima vor, ey. Aber schau mal, schön gespielt, Dennis. Ja, und ich... Dann war ich oben und konnte nichts mehr machen. Ich wollte nur Ulti-Zinn an, weil sie totgegeben sind. Damit... Wie er sie dann... Äh, nicht erst, wie Adolf sagt, ich freue mich einfach weg. Der Neuen? Ja, das kann man schon sein. Mehr konnte er nicht machen, ne? Nee, darum ging's ja gar nicht. Aber einfach Jump, Flash und er war einfach 100% safer. Dennis, FC Köln, ohne Mana. Fürs erste Mal Flash ist es okay, ein bisschen muss ich dann noch üben, aber... Ja, die Hooks sitzen aber auf jeden Fall einige schon. Das war schon gut. Das könnte auch immer schlimmer sein. Hacker. Hacker? Da ist er. Leona, ich komm. Ich komm. Ich komm. Hallo! Denk dir mal dran, dass hier auch jemand auf der anderen Seite stirbt. Oh, der stirbt sogar noch besser. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay, sorry. Das hätt ich... Ja, hättest du leider ein bisschen warten können. Hättest du sie über die Wand da geschmissen oder so. Ja, okay. Hättest du mir auch geben können. Nachdem ich da weggeflasht. Ja. 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 Ja, okay. Wir hätten wahrscheinlich auch nicht zu dritt gedacht bekommen. Den können wir mal versuchen. Ich hab 5 Sekunden Ulti. Ich hab Ulti. Ich bin auf dem Bild. 12. Fackt mich ab, dass mein Ars hier so abgeht. Das ist aber der Champion auch in der Herzen. Ulti ins 5 Sekunden. Du homo. Ulti 3 Sekunden. Ulti 3. Brauchst du nicht Ulti. Brauchst du nicht. Ja, ich weiß nicht. Der steht ja jetzt gleich wieder auf, ne? Nein, ich bin Ulti lieber. Ah Gott, ich komm noch nicht durch. Ich bin doch Ignited von, holy shit. Robert, Chris. Boah, ich wollt grad die Lantern noch werfen. Alter. Wäre auch immer grad die Jinx-Ulti geblockt, danke. Ich. Die kam doch erst voll spät. Die sähte mich aber wahrscheinlich trotzdem. Mitlein. Mitlein Muskel. Ja, ich hab noch'm Weg. Das war jetzt grad ein ganz guter Crash und so. Hast Chris halt ordentlich farm auf dem AD-Carry-Moment rein. Bei Jinx ist schwierig gestorben. Ich hab halt nicht grade so viel für den Wave-Clear, ne? Na gut, Chris ist doch gut. Ja, ja. Dann auch. Cool, schön. Wenn du kommen sehen. Neun. Okay, wie soll man Appro�� noch kommen sehen? Heutz,เห Л teles Prin Season. Heutzury Ganz塊. Heutzutage keinen Witz so. Und der was? Der mit Aska hatte. Der war okay, ja. Oder Köln ohne Mana? Hä? Hä?! 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 werde spätselte? Ohne Mana? Hanna? So richtig. Der Witz wird erst richtig schlecht, wenn man ihn erklären muss. Boah, ist die. Hey, fuck. Fuck. Äh, ja. Ich hab ja irgendwie Angst, den Ralf aufzumachen. Der ist bestimmt getreiben. Wenn ich sterben gehe, schreibe ich dann Hashtag. Dennis übrigens, du musst dann alle schreiben. Ja, ich wollte es bloß nicht schaffen. Ja, ich wollte es bloß nicht schaffen. Habt ihr Angst? Noi, Yoshi. Was geht's? Was geht's? Ja, ja, ich will ja meine Dings hier rauskriegen. Vorsicht, meine Aufladung. Kommst du raus? Nein. Ach du Scheiße, würde ich mal behaupten, ne? Oh, nehm ich. Ey, die Evelynn hat mir grad... Lantern, schwäle dich! Ja, die hat aber halt auch schon einen Tipp. Die hat den Strive Wars. Und hat auch sogar schon das Borg ab. Ich hab Ulch wieder ab, aber ich will eigentlich wachen bis der... Oh, das ist doch krank. Und die haben Baron. Cool. Ja, ja. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Über den Fortschleiter. Weil Evelynn ist da. Okay. Das lassen wir in Zukunft. Was denn? Ich versuch mit der zu traden. Äh, Bots, Leona, Azir und Arthrox. Ja, ich wollte Gott sagen. Ich weiß nicht mal, ob wir das halten können. Wenn wir instant fighten, können wir das vielleicht machen, aber... Die waren halt zwei von denen gerade, etwas lower auf jeden Fall. Die Mitte push halt rein, wir können halt maximal eins, weil wir... Aber die werden es wahrscheinlich gar nicht machen. Ich bin gerade am überlegen, was ich noch für Midlaner habe, mit denen ich... Break ist halt up, ja. Können wir nicht contesten. Können wir jetzt da halt reinlaufen. Können wir Vision drauf bringen. Ich würde da auch nicht mal reinlaufen, dann geht's wahrscheinlich nur bei Sternen. Oh, das war ein Crit. Arsch. Wow. Ja. So. Ja, das meine ich halt jetzt nicht. Versuch gar nicht zu helfen, Dennis. Versuch einfach nur zu... Aber weg. Oh shit, ich bin tot, glaub ich. Nein, ich hab meinen Lauf nach unten. Lauf nach unten. Kommt zum Zaar. WTF, wie viele hat der da bitte? Von vier? Ja, 12, 30. Äh, kommen die zum... Ja, die kommen zu mir. LOL, Azir ist auch noch... Ach bitte, Azir ist niemals out of position. Azir. Holy fuck. Ach du Scheiße. Nee, jetzt nicht mehr. Wir hatten vor Ort jetzt. Das restliche Team... Aber habt ihr das gesehen? Bye bye, bin auf. Okay. Bye bye. Ich glaube, was ist es? Oh, jetzt kommt die Muuu. Jetzt würde ich mit einem Surrender. Ich brauche mich nicht jetzt. Also zu glauben, dass dieses Spiel direkt nach dem Spiel vorhin war. Ja, was so flessen besser ist. Hallo. Na, aber wie gesagt, das ist... Das Spiel nimmst du mal bitte nicht. Oh man, ich werde Azir fast noch herkriegen. Hast voll, also Azir ist voll. Ja. Okay, danke fürs Zuschauen. Ja. Danke für das gute Spiel. Danke. 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 Danke.